So, und wir haben keine Ahnung, was das hier ist. Wir haben nämlich noch einen Bonus gefunden. Wahrscheinlich so eine Art Bonus-Level, so wie es aussieht. Ja, Bonus-Level oder so, ich habe keine Ahnung. Okay, Holmes, Schluss mit Spielen. Wir machen diese Übung hier, um zu sehen, ob du und Aiden imstande seid, im Einsatz Probleme zu lösen. Dein Ziel ist simpel. Arbeite dich mit Aiden gemeinsam durch den Kurs und finde den Weg raus. Du musst clever sein und unter Druck gelassen bleiben. Die DPA-Operbosse haben diese Trainingsanlage speziell für dich und Aiden gebaut. Also enttäusche sie nicht. Ich bin im Kontrollraum und überwache dich dabei. Viel Glück, Rikud, Holmes. Zeig sie ihm, Jodie. Mach dein Ding. Nee, ich dachte, wir müssen da durch. 30 Minuten, oh scheiße, ist das Echtzeit? Du musst erst mal da durchgehen. Nee, ich schätze mal, du bist das, oder? Kann ich da durchgehen? Warte, geh nochmal zurück. Nicht, dass dich da durchgehen, wenn ich da hingehe. Ja, geil. Warum soll ich denn die Ertaste gedrückt halten? Nee. Mach schon einen. Ja, musst du mich umschalten? Ja, darf ich erst mal wieder zurückgucken? Hä? Warum? Okay, wir haben wie gesagt keine Ahnung, was das ist. Wir haben es wirklich gesehen und hoffen, dass es interessant genug ist für ein Bonuslevel, also für nochmal eine extra Folge. Kann ich da nicht einfach drüber springen, oder? Anscheinend nicht. Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass das nicht funktioniert. Schau mal da. Okay, du bist anscheinend wieder voll funktionsfähig. Also voller, ja, voller Kraft meine ich jetzt. Nein, rechts, rechts war eine Hand, da musst du die Hand drauflegen. Hallo, ich habe Portal mit dir gespielt. Wir wissen, wie sowas geht. Oh, da musst du kriechen. Ja, wahrscheinlich. Na gut, die ist ja sehr zierlich. Ja. Solange nicht sowas wie bei Resident Evil kommt, dass du dann in Scheiben geschnitten wirst, oder irgendwie so. Ja, das dachte ich ja gerade schon. Ja, es ist dunkel. Das ist das einzige Licht, aber es ist... Kannst du was sehen, Aiden? Ja. Warte, wir sind im Irrgarten. Bist du, du bist da hinten. Ich bin links vor dir. Ich stehe gerade voll in der Ecke. Ich wollte auf das Licht zu gehen, anscheinend. Ah, Schatzi, mach mir mal überall das Licht an. Mach dir mal das Licht an, wie du den Weg findest. Ich glaube, hier ist doch schon ein Ausgang, oder? Leiß doch mal was. Guck mal, ob ich da nicht schon durch kann. Ich stehe nicht mehr durch. Achso, warte, dann mache ich die nicht alle an. Also hier, doch, hier kannst du doch durch. Ja, da hast du doch gerade angemacht hier vorne. Wie sieht das jetzt wieder aus? Achso, kann ich nur ein Stück anmachen, vielleicht? Nur ein Teil? Das kann natürlich sein. Warte mal, muss das nicht sein? Ah, warte mal, pass auf. Ich mache erst mal das an. So, dann geh du erst mal. Siehst du das nicht? Äh, nee. Hä, wieso? Doch. Nee, da hast du mal reingekommen. Da. Doch, da ist doch. Ach, das war nur so eine scheiß Perspektive, okay. Jetzt geh mal nach links, geh mal nach links, schalte mal wieder um. Dann mache ich das nicht dann. Hier komme ich nicht weiter. Nee. Weil ich in der Ecke stehe. Okay. Ja, eigentlich solltest du nicht so weit gehen. Ja, eigentlich muss ich da nur rum und dann sehe ich die Tür. Ja, ich mache erst mal so. Dann kannst du wieder zurückgehen und um die Ecke. Genau. Also wenn das die Tür ist, wo wir durch müssen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also ich nehme es an. Äh, kannst du einen Schrittschritt machen? Nein, warte mal. Oder irgendwas Wasser, was du drauf machen? Also an dir kann ich nichts machen, hier kann ich doch. Ja. Ja, da musst du jetzt was einschalten. Äh, welchen Aufwand? Aber das sieht natürlich auch nicht auf der Ort. Ich meine den mittleren. Ja. Ich denke. Da musst du mich nochmal, ob ich, oder? Hä? Der hat aber gesagt, ich soll. Oder musst du mit der anderen Hand? Nee, was musst du da machen? Ja, da stand, dass ich wieder zurückgehen kann. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich muss zurückgehen. Warte mal, ich kann mehrere Sachen machen, hier. Ach, müssen wir es... Ach so, wir müssen zusammen machen. Ach ja, warte mal. Und jetzt das? Okay, das ist das, habe ich jetzt nicht gesehen, so schnell wieder gemacht. Ist das das rechte oder so? Mach mal das rechte, ja. Halt die Hand drauf und dann musst du wieder umschalten. Hält, ich war da hinten. Also nicht mit den Portalen machen, aber schon so... Geh mal zu dem anderen hier. Kann ich das natürlich schon? Ach so. Ich dachte, du musst das vorher machen. Nee, nee, jetzt will ich es machen. Ach, das war die Feuerlösch-Anlage. Okay. Ja, siehst du doch, die Feuerlösch. Müssen sie aber was beeilen, wir haben noch nur 24 Minuten Zeit. Lauf, Jodie, lauf! Was haben die gesagt, wie viele Kammern das sind? Hat da nicht irgendwas gesagt? Wir kommen ja nicht durch, scheiße. Äh? Wieso kommen wir da nicht durch? Das fragt mich doch nicht. Warte mal, vielleicht musst du das ausspringen oder so. Muss mir nochmal geben. Oder kannst du irgendwas auf der anderen Seite, vielleicht kannst du da durch? Nee, ich glaube nicht, oder doch? Versuch die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Dann, siehste. Nicht jemanden einschragen. Ich sag doch nicht, das ist sowieso nicht. Warte mal. Kann ich jetzt, muss ich die aufmachen oder muss ich zurück? Nee, jetzt probier du mal. Sollte ich zurückgehen, du sollst rausgehen. Die öffnet sich ja dann automatisch, wenn es funktioniert. Ja. Guck dich doch mal um, Jodie, Mensch. Okay, hier haben wir eine Kamera. Also ich kann hier gar nichts machen. Okay. Genau, damit ich blättern kann. Sag ich doch, wie bei Portal. Geh mal einer weg, nicht, dass ich vollkommen muss. Das hat sich jetzt irgendwie seltsam angenommen. Wieso? Wieso? Jetzt kommt ein Fahrstuhl. Kann sein, dass ich mich erst draufstellen muss, oder? Oder? Da kommt jetzt was runter, das weiß ich jetzt nicht. Nee, 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 nee. Das kommt nicht. Ja, versuchen wir erst mal ohne, dass ich... Okay. Ich trau dem Ganzen nicht so. Aber der fährt nicht weit, oder? Geh mal drauf. Ich glaube, der fährt nicht weiter wahrscheinlich. Doch, wenn du das hältst wahrscheinlich schon. Ich kann es nicht halten, glaube ich. Oh, der hat jetzt nur... Ja, doch. Ja. Also hier kann ich was mal... Warte mal. Da drüben ist so eine Art Spiegel oder Antenne. Vielleicht muss ich den aber erst mal hoch platzieren. Mach mal da oben. Kannst du das Rote, den Alarm, oder was ist das? Den da? Nee, das ist eine Kamera. Nee. Aber ich kann hier was machen. Was macht der denn? Der fährt den hoch wahrscheinlich. Okay. Ach, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Kann ich das nochmal runterladen? Du musst dann zu dem Ding gehen, glaube ich, gleich hier. Ich oder jetzt schon gesehen? Okay, wahrscheinlich jetzt schon. Warte mal. Ja. Lass mich doch mal die Hand erst mal. Ja, geh mal da hin. Genau. Aber wenn ich jetzt hier... Das war wahrscheinlich erst das andere hochfahren. Nee, das kannst du gar nicht machen. Aber der macht nix da. Ach da, ein Stopp. Ach ja, wir hätten es wieder runter. Oh, das muss da dran kommen. Ja, ja. Warte mal. Warum soll es das nicht dann? Ach so, jetzt wird es wieder... So. Und jetzt muss es wieder rum. Oh, ich würde dir spontan sagen, du müsstest irgendwie in den nächsten... Da, warte mal, da oben ist was rot. Ist das rote jetzt? Nee, nee. Oder? Rote? Aber guck erst mal oben links bei dem roten, ob du da jetzt was rummachen kannst. Oder war das jetzt... Wie im roten? Ja, oder sieht das bei dir nur so komisch aus wie jetzt oben? Ja, das ist nur eine Kamera. Da kann ich nix sehen. Das ist nur keine Kamera. Kameras sind nicht rot. Aber du kannst es trotzdem vielleicht noch rummachen. Ich weiß ja nicht, was das gut vorgibt. Ach, das schlägt gleich ein. Ja, ja, das schlägt da ein. Nee. Doch nicht. Ja, doch, wenn ich es los... Doch, ich muss es jetzt losmachen irgendwie. Dass es jetzt pendelt. Aber wie? Oder musst du es losmachen? Warte mal, vielleicht, dass du das dann jetzt loslässt? Weil ich kann nur noch... Ja, dann hört die magnetische Kraft auf, wenn ich da loslässe. Also ich kann nämlich nix mehr machen, dann musst du das loslassen. Mach mal. Ja. Ah, okay. Sag ich doch, dann hört die magnetische Kraft auf. Genau. Da ist wieder ein Aufzug. Und eine Leiter. Also da kann man nichts machen. Hier kann ich... Ach so, da musst du wahrscheinlich dran. Ach so. Da muss die Leiter hochgehen. Gehen wir die Leiter hoch? Oh Leute, eure Kameraperspektive. Wie soll ich so an die Leiter kommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist die Leiter jetzt überhaupt? Ja. Du warst was da. Also die Perspektiven sind echt geil. Ja. Okay, jetzt kann ich das bedienen, glaube ich. Wenn du nochmal auf den Chargestuhl gehst. Darf ich erstmal dahin gehen? Danke. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, das ist doch offensichtlich. Das ist alles so offensichtlich. Wenn ich Probleme habe, dann sage ich schon, Schatz, ich habe keine Ahnung. Ich stehe auf den Schlauch. Da oben ist was, wo ich die Hand, glaube ich, drauf machen muss, oder? Ja, kann man da hoch? Ich weiß es nicht. Und dann rüberbalancieren vielleicht? Du könntest da hochhangeln, dich wahrscheinlich. Oder? Nee. Da, doch, da. Komm, dreh dich. Kann ich da runterfallen? Ich meine, die Steuerung ist echt scheiße, was das betrifft, ne? Wollte ich nur mal... Stopp' mal, da ist eine Palette, ne, eine Plattform. Schalt mal bitte um. Die muss ich holen. Guck mal nach rechts. Nach rechts, auf der anderen Seite. Da ist eine Plattform, die auf einer Schiene ist. Soll eine Plattform, okay. Ich dachte, man muss da rüberbalancieren bis dahin. Sie kommt. So, jetzt gehen wir da drauf. Jetzt muss ich wieder umschalten. Ach, nee. Das ist die Frage, kann ich da zu hoch springen? Wieso ist das auf der Seite jetzt auf immer? Guck mal nach... Kannst du nach oben gucken? Nee. Ich glaube, ich muss da irgendwas einschalten, damit das rüberfährt irgendwie. Das fährt runter. Das könnte sein, da hinten das runter eventuell. Und das hier vorne dann nach rechts springen. Ich gucke einfach mal. Also hier oben ist was zum einschalten. Das kann ich noch nicht machen. Ja, das ist ja auch nicht für uns jetzt. Nee, aber hier... Das ist ja wenn dann für später nochmal an. Hier oben das Pferd rüber. Das Pferd da oben ein Stück rüber. Das wäre schön, aber es sind keine Punkte. Da ist es auch nicht. Vielleicht ist das doch rechts. Doch, hier ist ein Punkt. Ja, da kann ich aber nur das runterholen wahrscheinlich. Ja, das kommt. Die Frage ist jetzt, was willst du machen, um das jetzt da rüber zu kriegen? Da, stopp, stopp, unten rechts. Da. Ah ja. Achso, ich muss es noch rüberschieben. Aber jetzt muss es tiefer noch. Dann kriege ich das runter. Wieso tiefer? Jetzt musst du bleiben. Oder meinst du jetzt... Achso, du kannst dich entlanghangeln. Okay, warte mal, probier mal, ob du dich da entlanghangeln kannst. Weißt du, so wie bei Militärübungen. Wenn du da so... Das war der Plan, wenn die mal gehen würde, weißt du. Ja. Genau. Oh, bist du stark. Ach komm, das habe ich früher aber auch immer so gemacht auf dem Spielplatz. Aha. Kannst du das jetzt auch nochmal machen? Das weiß ich nicht. Aber früher habe ich es auf jeden Fall gemacht. So, jetzt müssen wir hoch. Also ich muss hoch. Und ich... Die Frage ist jetzt, das kannst du nach rechts fahren? Oha, was war das? 14 Minuten steht da hinten. Ja, aber ich komme da doch sonst nicht auf die andere Seite. Also ich müsste... Wir müssen ja mal gucken, was... Kommt da irgendwas raus? Was macht das hier oben? Ah, okay. Kannst du vielleicht springen, vielleicht? Kannst du da springen? Ja. Wow. Okay. Sogar doppelt springen. Kann ich da hinten... Da hinten musst du entlang... Ja, dich auch... Ja, da müssen wir noch was raus. Und das ist die... Okay, sie macht es schon. Sie macht es selber. Das ist die Frage. Ja, selbst ist die Frage. Das stimmt. Warum lange warten? So, die Frage ist jetzt... Nur da hinten muss ich die Hand drauflegen. Aber ich denke, du kannst es doch vorher schon mal rüberbringen. Ja, ich muss das, glaube ich, die Plattform rüberbringen. Nee, nicht nach da. Warte mal. Nein, nicht nach da. Wieso bringt der die nach da? Weil du von der Seite jetzt komplett hast. Ja, ja. Nochmal. Das muss nur echt beeilen, ne? Ja. Also ich muss auf jeden Fall... Das hat gar nicht... Was ich die Tür mit dir... Ja, ich muss aber noch mal... Das reicht noch einmal. Ich muss trotzdem das hin. Nein, was macht der denn da? Wieso geht der jetzt rum? Ich habe das nicht... Boah, hey. Das muss doch oben schätze ich mal... Nee, warte, 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 warte. Lass mich erst mal bis zur Mitte, oder? Ja, du geh erst mal auf die Plattform... Genau, geh erst mal auf die Plattform wieder. Weil ich dachte, das geht jetzt wieder zurück, aber... Nee. Ach, das war der Fasch. Okay. Okay. Hä? Du bist durchgekommen. Aber ich habe mehr von dir erwartet, Rekrut Holmes. Das war zu langsam. Du musst schneller denken und handeln. Du kannst mehr als das. Noch ein Versuch. Näh. Ey, wir haben eine mega geile Zeit gemacht. Von 034 Restzeit. 1, 2, 3, 4, da werden wir das Ganze jetzt garantiert nicht nochmal wiederholen, oder? Nee, nee. Die will das wirklich am vollen nochmal machen. Das ist doch die Scheiße. Naja, mit 30... Das ist sogar... Das läuft sogar... Nee, also da boykottiere ich definitiv. Nee, das machen wir nicht. Aber war auf jeden Fall... Fand ich jetzt persönlich... War auf jeden Fall nochmal so ein schönes... Na gut. Guti oben drauf. Hat mich jetzt wirklich verdammt an Portal erinnert. Ja, mich auch. Mich auch. Mit den ganzen Stationen. Du musst hier erst was machen und da was machen. Und wer das Spiel nicht kennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut klare Spieleempfehlung. Macht super viel Spaß. Besonders mit zwei Personen. Und ja... War auf jeden Fall nochmal ein schönes, kleines Kapitel. Ich meine, ich weiß jetzt nicht... Vielleicht nehmen wir uns jetzt gerade so ein bisschen das Ende. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wir haben eine super Zeit erreicht. Und man weiß ja auch nicht, was er für eine Zeit haben wollte. Nachher will er 20 Minuten Restzeit oder sowas. Keine Ahnung. Ihr kommt da hin, ja. Das muss nicht sein. Ich meine, wir wissen zwar jetzt, was wir machen können. Aber so viel schneller würden wir es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Deswegen... Ist auf jeden Fall ein schönes Ende nochmal gewesen. Kleiner Bonus. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja.